Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, egal wo man hinfährt, in Urlaub, man muss immer ein Surfboard dabei haben. Man weiß nie, was kommt und wo man das Ding nicht als gute Dienste tun kann. Also merken, immer Brett mitnehmen. Soweit hier meine Ode an das Surfbrett. Oh ja, im Sommer wieder Frühling im April oder der Herbst im November oder so. Regen, 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 meinetwegen. Ja, das ruft mich natürlich voll auf den Plan. Da muss ich ja dringend für ein paar Surf-Vibes in Form von Podcast-Episoden sorgen. Kann ich ja jetzt nicht einfach im Stich lassen hier in dem Wetter. In diesem Sinne, willkommen zurück bei Wellenlänge. Wie gestaltet sich denn dein Surf-Sommer bisher so? Hast du überhaupt Urlaub? Wenn ja, hast du es ans Meer geschafft? Wenn wieder ja, hattest du Wellen? Und wenn alles mit ja beantwortet war, waren die Wellen auch noch ansatzweise deinen Ambitionen angepasst? Wenn alles mit ja beantwortet war, wow, gut gemacht und ich bin fucking neidisch. Ich habe aber auch von vielen gehört, die die komplette Sommerflaute und sämtliche Laydays einen nach dem anderen in Frankreich oder ähnlichen Regionen mitgenommen haben und die quasi echt keine Freude in ihrem Surf-Urlaub hatten. Ein Kumpel von mir, der meinte, er war zwei Wochen da in Senjos oder Saint-Girard und er meinte, es waren zwei Tage, wo überhaupt mal ansatzweise irgendwie so ein bisschen, wenn vielleicht Hüft, Knie- bis Hüfthoch war, dass man irgendwas machen konnte und sonst wirklich nur Bodensee ungefähr. Das ist natürlich richtig scheiße. Er meinte, es war mehr ein Skate-Urlaub als ein Surf-Urlaub, nur dass die Skate-Anlagen auch nicht so der Bringer waren. Da ist es natürlich ärgerlich und da muss ich ja wirklich sagen, habe ich vielleicht zufällig alles richtig gemacht dieses Jahr. Mit dem Surfboard auf dem Dach, aber ohne jegliche Wellenambitionen in den Sommerurlaub nach Kroatien und ich würde sagen, auf jeden Fall eine gute, super gute Zeit gehabt. Sprich, ich habe das Mantra meines Podcasts voll gelebt dieses Jahr. Surf-Lifestyle ohne Wellen. Ja, ich komme da gleich im Detail ein bisschen zu. Außerdem gibt es auch noch einen kleinen erbaulichen Bericht von meinem geschätzten Co-Moderator der letzten drei Folgen, dem Josh. Der ist nämlich gerade in Klettmüller in Cold Hawaii. Und der hatte auf jeden Fall bombastisches Glück mit Wetter und Wellen. Von daher, es geht auch anders. Dem sein kleiner Bericht kommt heute zum Abschluss noch. Fünften Wochen Sommerpause. Puh, ja. Bis kurz vor Erscheinen dieser Episode habe ich mich wirklich nur minimals mit dem Podcast und dem ganzen Drumherum beschäftigt. Ein bisschen Instagram habe ich gemacht. Das hatte ich mir aber auch schon weitestgehend vorbereitet. Ein paar Terminabsprachen jetzt mit kommenden Gästen für die nächste Podcast-Dekade. Ansonsten war wirklich so das Prinzip Digital Detox bei mir Programm. Genau genommen bereits schon ein paar Wochen vorher eigentlich. Zeitlich waren meine ausufernden Jubiläumsfolgen ja dann irgendwann fertig. Und die habe ich dann hochgeladen. Nochmals Danke fürs Zuhören an alle und fürs Durchhören vor allen Dingen. Den ganzen Juli über und jetzt auch die erste Augustwoche habe ich keine Episode hochgeladen und hatte trotzdem durchweg konstant gute Zugriffszahlen und Downloadzahlen. Obwohl ich nichts gepostet habe. Danke wirklich. Das bedeutet mir echt viel, dass wirklich so viele Leute da auch das Ganze dann nachgehört haben. Ich hoffe wirklich, ich habe dich gut unterhalten oder der Josh und ich haben dich gut unterhalten. Und ich sage mal, von der Gesamtdauer von den ganzen drei Episoden konnte man ja auch eine Urlaubsfahrt sogar überbrücken, so irgendwo nach Frankreich oder sowas. Ja, nochmal Erinnerung an alle, denen es gefallen hat. Und schreibt mir doch gerne eine Rezension bei Apple Podcasts. Abonnier mich oder gib mir einfach fünf Sterne bei Spotify. Da freue ich mich super drüber. Und das hilft mir, mit dem Podcast weiterzukommen auf jeden Fall. Tja, was ist sonst so passiert in den letzten Wochen? Vielleicht fange ich erstmal mit einer einigermaßen frischen und ja, auch für die deutschsprachige Landlock-Country relevante News aus der großen Surfwelt an. Surfen ist dauerhaft olympisch. Yeah, wie geil ist das denn, bitteschön. Bisher war es ja zunächst mal auf zwei Wettbewerbe auf Probe ungefähr gesetzt. Das heißt also, Frankreich war schon noch safe, dass es da stattfinden soll. Nun hat sich vor ein paar Tagen aber die UEC, das International Olympische Komitee, entschieden, dass es tatsächlich dauerhafte Disziplin werden soll. Sprich, in Paris sollte es eh schon sein, beziehungsweise nicht in Paris und auch nicht in Frankreich. Wahrscheinlich ist der sommerliche Swell in Frankreich einfach zu unkonstant. Eigentlich schade, dass man da nicht Osségor oder Bierritz oder sowas als Austragungsort nehmen kann. Aber es ist da ausgelagert, weit weg nach Französisch-Polynesien, nach Tahiti. Der Spot Thea Hupo, den man ja auch vom Namen schon lange kennt, aus allen möglichen World Surf-League-Events und ähnlichen, wird Austragungsort werden. Ja, aber danach steht L.A. und Brisbane auf dem Programm der Olympiade. Und ich denke mal, das ist auch ein Ausschlagspunkt, hat der Ben Neumann ja auch schon mal erwähnt, dass es da wahrscheinlich dazu kam, dass es jetzt dauerhaft ist. Denn die USA, Kalifornien und Brisbane in Australien sind natürlich Surfer-Nationen. Und denen kommt das natürlich entgegen, dass das Surfen dann auch stattfindet. Von daher, gutes Timing, würde ich sagen. Man darf also gespannt sein. Unseren Athleten jetzt schon mal die Daumen drücken. Die sind bestimmt jetzt richtig on fire und trainieren nochmal ein bisschen mehr. Ja, auch der Ben für die Paralympics, die werden dann ja nämlich höchstwahrscheinlich nachziehen. Und das finde ich doch ziemlich cool auf jeden Fall. Das ist eine tolle Perspektive und da habe ich mich sehr gefreut über diese News. In den Shownotes verlinke ich mal ein kurzes Interview aus dem Surfers-Mack. Da ist unter anderem der Micha von DWV und noch ein Kollege von ihm, die interviewt werden und ein bisschen was darüber erzählen, was jetzt so die Planungen sind und wie es dazu kam. Dann guckt einfach mal in die Shownotes, da findet ihr das. Ja, was habe ich sonst denn so getrieben in den vielen Wochen frei, wenn man es so nennen will. Arbeit hatte ich ja trotzdem irgendwo außer im Urlaub. Aber ja, ich fange einfach mal schon mal ein bisschen weiter vorne an, dachte ich. Und zwar so das Stichwort Digital Detox ist ja in meinem Episodentitel erwähnt. Und da möchte ich dich gerne einmal in einem Wochenende noch vor meiner Sommerpause mitnehmen, nämlich ins Wildniscamp im Pfälzer Wald. Wir waren da schon in den Jahren 2018 und 2019 als Familie mit einer befreundeten Familie zu Gast. Und ich glaube, ich habe da auch in einer frühen Episode schon mal drüber gesprochen. Dann kamen drei Jahre Corona-Pause und wir haben das so vermisst, dieses Camp, weil es so eine schöne Erfahrung war und dieses Jahr fand es endlich wieder statt und wir sind in den Pfälzer Wald runtergebrettert, eine ganz schön weite Anreise, ehrlich gesagt, von uns aus. Irgendwo südlich von Neustadt an der Weinstraße biegt man dann links in den Wald oder ins Biosphärenreservat ab und man fährt weiter und immer weiter und irgendwann denkt man, da kommt nichts mehr und man fährt weiter und dann ist man da, bei der Geißwiese. Ein wunderschöner Ort, kann ich nur sagen, wirklich so ein magischer Kraftort. Völlige Stille im Wald, abgesehen von den Vögeln. Kein Handy empfangen und wirklich ein tolles Setting drumherum einfach. Es ist einfach nur eine große begraste Lichtung zum Zelten dann entsprechend und direkt an einem Bach gelegen, der in so einen schönen kleinen Weiher fließt. Aus diesem Bach und diesem Weiher kann man tatsächlich trinken, also haben wir auf jeden Fall alle gemacht und es gab tatsächlich ein, zwei Magen-Darm-Probleme, aber ich glaube, die kamen von anderen Ausgangspunkten. Und ja, drumherum ist halt alles Wald und große Klippen, auf die man klettern kann, man hat einen tollen Ausblick und es ist einfach super, super schön. Die einzige vorhandene Infrastruktur ist tatsächlich ein seitlich offener Holzpavillon, in dem man eine Feuerstelle hat und ein von dem Bach und im Grundwasser gespeistes Waschhäuschen mit Duschen, wo halt natürlich auch nur kaltes Wasser vorhanden ist. Und auf dem Hügel sind Komposttoiletten. Das war's. Den Rest kann man höchstens dann selber mitbringen. Und auf dieser Lichtung hat eine lokale Wildnisschule dort ein super schönes Camp initiiert mit zusätzlicher Feuerstelle und so ein bisschen drumherum ein, zwei Zelten für die Community und jeder hatte halt sein Schlafzelt. Das Orga-Team bietet dann dort Workshops in verschiedenen Bereichen an, also so Survival und Wildnisleben hauptsächlich, ist aber vor allem auch Teil dieser Gruppe dort. Und dadurch entsteht wirklich eine unfassbar schöne Atmosphäre. Als wir da 2018 das erste Mal waren, ohne zu wissen, was auf uns zukommt, war es erstmal so ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Ich hatte tatsächlich eher so Survival-Training und ähnliches strukturierter mit Workshops erwartet, die gab's auch, aber vor allen Dingen war dieses Team, das alles angeboten hat, halt auch wirklich Teil dieser Gruppe. Und es hatte dann einen sehr stark spirituellen und meine Mama hat irgendwie nach unserer Erziehung sagt schon leicht sektenartigen Touch. Also es war schon wirklich so ein richtiges kleines Hippie-Happening, wenn man so irgendwo möchte. Samt Ringelpiez mit anfassen und leicht erotherischen Zeremonien wie gegenseitigen Einräuchern und viel Gesang am Lagerfeuer. Und ja, ich sag mal, man musste sich da schon erstmal ein Stück weit drauf einlassen irgendwo. Wir waren mit Freunden da, mit Johanna-Daniel-Kindern und wir haben früher sehr lange gemeinsame Historie. Früher waren wir bei Rock am Ring und allen möglichen Punk- und Hardcore-Festivals hart laufen und feiern. Und als wir uns irgendwann mal angeguckt haben bei so einer Sing- und Tanzrunde und ich gucke Johanna an, wir haben uns nur schlapp gelacht, wo wir denken, okay, das vor ein paar Jahren, da hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir mal hier auf so einer Wiese im Nichts landen und hier so ein Hippie-Happening machen. Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen, dass ich eigentlich grundsätzlich gar nicht mich so als den Typen dafür bezeichnet hätte, der dafür empfänglich wäre. Aber die Atmosphäre war so schön, so mitreißend und so entspannt, dass das wirklich eins zum anderen kam. Und es war einfach ein tolles Miteinander in dieser ganzen Gruppe dort. Alle waren einfach super open-minded und die Erwartungshaltung war bei allen auch nicht so riesig. Ich kann mich an wirklich unheimlich viele super gute, tiefführende Gespräche mit Leuten erinnern, die ich vorher nicht kannte. Und keines davon fing mit der Frage, und was machst du so beruflich an, wie das halt oft so ist? Warum auch, fragte ich mich dann später auch. Weil eigentlich, was macht mich aus? Das ist nicht das, was ich beruflich tue. Das ist natürlich interessant, weil es ist ja auch ein großer Teil meines Lebens, meiner Zeit. Aber letztendlich ist es doch viel wichtiger, wie ich persönlich drauf bin. Und da, muss ich sagen, war das super spannend, wie man da ins Gespräch gekommen ist. Wie so ein nicht ausgesprochenes Gesetz hat keiner diese Frage so schnell gestellt. Erst wenn man sich länger unterhalten hat, dann kamen auch mal berufliche und professionelle Sachen. Ja, so sonst im stressigen Alltag ist der Smalltalk-Door-Opener eigentlich immer erst mal diese Frage, und was machst du so? Fand ich super, super schön. War dann letzten Mal schon in seiner Erinnerung. Ist mir diesmal wieder ganz besonders aufgefallen. Ansonsten, wie läuft das so ab? Ja, eigentlich jeder übernimmt irgendwo Aufgaben, wie er gerade Lust hat, bringt sich ein, wie es ihm gerade passt, nimmt an Workshops teil und sitzt einfach mal im Lagerfeuer und sinniert oder macht einen Ausflug in den Wald. Man ist völlig frei und unbeschwert. Und man muss echt sagen, alles funktioniert. Ohne dass das Orga-Team unheimlich viel tun muss, ohne dass es unheimlich viel reglementieren muss und einteilen muss, wurde schön Ordnung gehalten, es gab jeden Tag lecker Essen und spannende Workshops. Die vielen Kinder, die dabei waren, das waren hauptsächlich Familien, die waren bestens unterhalten, alleine schon durch den Wald und halt auch, dass sich immer Leute gefunden haben, die was mit denen unternommen haben und irgendwo sie an Hand genommen haben. Also auch cool für Eltern, die mal ein bisschen zwischendurch mal Ruhe von den Kindern wollten. Mit ein bisschen Vorarbeit des Orga-Teams wird da wirklich jedes Jahr eine unglaublich tolle Atmosphäre geschaffen, ein tolles Vatertagswochenende verlebt, das wirklich für alle gewinnbringend ist. Tatsächlich folgt man da so ein bisschen diesem Mantra Live Simple, wie ich es mit dem Andi Brennt schon mal besprochen habe, auch in einer Folge. Und ja, Themen wie Achtsamkeit der Natur gegenüber, aber halt auch anderen Menschen und vor allen Dingen dir selber gegenüber, stehen ganz stark im Vordergrund. Vielleicht noch so ein Sonderpunkt dazu. Meine Frau hat sich dieses Jahr nämlich noch einen besonderen Kick gegeben. Die hat sich für den Programmpunkt des 24-Stunden-Solos angemeldet. Sprich, sie ist mit ein paar anderen zusammen 24 Stunden in den Wald gegangen. Da haben sie sich aufgeteilt, sodass sich keiner mehr sehen konnte und hören konnte und sind ohne irgendwelche Ausrüstung aus einem Tarpf, also einer Zeltbahn über sich und einem Schlafsack und ein paar Flaschen Wasser bewaffnet in den Wald und haben dort sich einen Ort gesucht, an dem sie so circa 10 Quadratmeter sich abgesteckt haben, dort geblieben sind und dann halt unter freiem Himmel in Dunkeln eingeschlafen sind, sich einfach nur mit sich selber beschäftigt haben und mit Beobachtungen rund um sich herum in dem Wald und ja, da einfach eine ganz besondere Zeit verbracht haben. In den Wochen vorher hatte meine Frau schon ziemlich Angst, wie das wohl werden würde, vor Kälte, vor Dunkelheit, vor Tieren und alles, was man so denkt, wenn man an nachts im Wald denkt. Und ich sage mal, ich kenne sowas ansatzweise. Ich war auf meinen Wandertouren, bin ich ja immer mal einmal im Jahr im Wald am Pennen, habe das auch schon mal so rop alleine gemacht, habe dann in einer Hütte alleine geschlafen oder sowas. Meine Frau aber halt noch so überhaupt nicht. Und sie wurde da im Vorfeld von den Wildnis-Prodagogen schon mentalen und spirituell Vorbereitung beziehungsweise eingestimmt, sodass irgendwo die Angst so ein bisschen gesunken ist und im Nachhinein halt auch wirklich richtig toll weiter begleitet. Und sie hat da unheimlich viel draus mitgenommen, ist super happy, beseelt und gestärkt aus diesem Erlebnis rausgegangen. Und das begleitet sie jetzt wirklich und ist sowas, was ihr niemand mehr nehmen kann. Ist auch so eine Sache, wann beschäftigt man sich mal wirklich 24 Stunden nur mit sich. Diese professionellen Gedanken, die man im Kopf hat, wirft man dann irgendwann auch über Bord und sitzt dann da einfach und langweilt sich grob so ein bisschen, was man gar nicht mehr kennt sonst so im Alltag. Ich kann das glaube ich nur jedem empfehlen. Ich habe es vor, nächstes Jahr vielleicht zu machen. Und ja, schau doch einfach mal, wenn du Interesse hast, ob ein Wildnis-Camp bei dir in der Nähe ist. Man muss ja nicht unbedingt darunter in den Waldfelser Wald fahren, das ist schon arg weit, wenn man hier aus dem Norden kommt. Da gibt es sicherlich auch sehr viele verschiedene mit unterschiedlichen Schwerpunkten, sodass es für jeden das Richtige dabei ist. Wer sich dafür interessiert, wo ich da war, einen Tipp von mir wahrnehmen möchte, der schreibt mich gern persönlich an, dann teile ich das auch gerne mit. Und verlinken möchte ich es hier nicht, weil tatsächlich schon ziemlich viele Leute da sind. Mehr werden eigentlich nicht benötigt, aber natürlich möchte ich es auch nicht vorenthalten, falls jemand Interesse hat. Also wie gesagt, einfach schreiben. Werbe! Ja, kurzer Werbeblock heute wieder. Einfach nur der Hinweis auf meinen Media-Partner Freaks of Fashion, den Markus aus Hamburg. Bei dem habe ich auch diese Woche einfach mal im Instagram-Account ein letztes Motiv gefunden, das ich, wie ich fand, sehr gut zu dieser heutigen Folge passt. Abonniert mal seinen Instagram-Account oder guckt seine Website an. Da gibt es tolle Surf-Designs für alle Zwecke, ob nun das Autodesign, den Wend-Design, den Laptop-Design oder alles Mögliche. Markus hilft mir immer hier beim Design für meinen Podcast, ob Logo, ob Episoden-Cover oder alles Weitere. Vielen Dank dafür. Und das war es auch schon mit der Werbung heute. Einer der wichtigsten Punkte war sicherlich auch die Tatsache des fehlenden Handyempfangs. Und diesen Vorsatz, das einfach mal beizubehalten, habe ich mir auch, zumindest ist eingeschränkt, mit meinem Sommerfamilienurlaub genommen. Ich hatte tagsüber das Handy also meist aus, beziehungsweise zumindest die mobilen Daten aus. Und dadurch habe ich zwar nochmal aufs Handy geguckt, es war aber halt nichts Neues irgendwo da. Und ja, so im Wald, im Wildniscamp fühlte sich das sehr schnell völlig normal an, mit dieser besonderen Atmosphäre dort irgendwo. Aber ohne diese Atmosphäre konnte ich dann auch ganz gut nachvollziehen, warum so manch einer über Entzugserscheinungen klagt, wenn er sein Handy nicht dabei hat. Und so weit ist es ja dann doch schon bei vielen von uns, glaube ich. Ich habe schon mein Handy rausgeholt und gedacht, da muss ich mal gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Gab es aber halt nicht, weil die mobilen Daten ja gar nicht an waren. Und ich hatte auch so dieses Phantomgefühl, dass ich irgendwie jetzt mein Handy gemeldet hätte, was auch nicht der Fall war. Man hat mal kurz, mal kurz sich zu tun, also guckt man aufs Handy. Schön, sowas einfach mal alles auszublenden für zwei Wochen. Hat es richtig gut getan. Gerade bei mir halt auch. Ich poste halt dreimal in der Woche was auf Instagram und verfolge dann halt irgendwie, ob es Likes gibt, ob es Kommentare gibt, ob es neue Follower gibt. Diesen ganzen Scheiß irgendwo. Muss man ja einfach mal so sagen. Und das mal nicht zu haben, war gut. Und ich habe dann halt wirklich nur morgens und abends drauf geschaut und das war's. Und ich versuche das jetzt auch mal so mit in meinen Alltag mit rüberzunehmen, dass ich das Handy einfach nicht am Mann habe, wenn ich zu Hause bin, sondern da nur selten mal drauf gucke. Ja, also Sommerfamilienurlaub am Meer. Ich habe es schon erwähnt, Surfbrett war natürlich auf dem Dach. Kinder-Surfbrett auch. Aber jegliche Ambitionen auf Wellen habe ich eigentlich zu Hause gelassen. Ging nach Kroatien, zunächst nach Istrien und dann noch auf die kleine Insel Kress. Und ja, wenn du dir mal auf der Landkarte anguckst, wo ich da war, dann merkst du schnell, warum die Wellenambition jetzt doch eher sehr klein war. Gerade jetzt im Sommer. Das Mittelmeer ist nun nicht um den generell der Swell-Magnet im Sommer. Die Bucht, wo ich da war, das war ja die Adria. Die kennt man hauptsächlich aus dem italienischen Bereich, aber auch im kroatischen Bereich ist es die Adria. Die ist noch dazu so exponiert, dass vom eigentlichen Mittelmeer ist man da tatsächlich noch irgendwo ein bisschen rausgenommen. Chance auf Wellen also sehr klein. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich mein Brett dabei, inklusive Kinderbrett. Kürzlich habe ich auch von einem Bekannten gehört, der tatsächlich in der Nähe von Rimini in Italien studiert hat. Das lag quasi gegenüberliegend von uns im italienischen Raum. Und der hat dort während des Studiums quasi richtig mit dem Surfen angefangen. Und da ja die Hoffnung stirbt zuletzt, hatte ich gedacht, mal gucken, was geht. Ich hatte vorher schon mal versucht, ein bisschen rauszufinden, ob es denn eventuell Gegenden, Strände, Buchten gibt, die besonders mit Wellen gesegnet sein könnten. Und in Berichten hat man einiges gefunden, dass so teilweise bis zu zwei Meter Wellen, die richtig gut surfbar sind, auf jeden Fall vorhanden sein können. Allerdings habe ich keine konkreten Spot-Empfehlungen gefunden. Nur so ganz grob die und die größere Bucht, da gibt es Strände, wo es klappen könnte. Sonst habe ich nichts Konkretes gefunden. Auf Magic Seaweed war zum Beispiel Kroatien überhaupt gar nicht verzeichnet. Die latente Hoffnung ist mitgereist in den Urlaub. Tatsächlich würde ich auch behaupten, es gab zumindest zwei Tage, an denen echt ein kleiner Swell da war. Da war es schon so Knie bis Hüft hoch. Hätte für meinen 7, 6er Malibu, das ich mit war, hatte durchaus gereicht, um ein bisschen Spaß zu haben. Und fürs Üben für die Kinder mit dem Kindersurfbrett hätte es an vielen Tagen gepasst. Aber ich muss leider echt sagen, dass ich keinen Strand gefunden habe, wo die Topografie des Bodens irgendwie ansatzweise was mit diesen Wellen gemacht hätte, das in Richtung Surfen hätte klappen können. Sprich, ich habe keine brechende Welle gesehen. Die liefen alle einfach so über den felsigen Boden zum Strand, brachen überhaupt nicht, beziehungsweise in einem viel zu kleinen Shorebreak spülten sie an Land. Es war echt wie verhext. Ich dachte, es muss doch mal irgendwo was möglich sein hier. Auf Sardinien ging das eigentlich auch, dass da eine langlaufende kleine Welle war, wo ich die Kinder reinschubsen konnte. Nichts. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber gut, wir haben das Beste draus gemacht, sage ich mal. Wir hatten die Bretter trotzdem oft mit am Strand, haben halt viel Paddeltraining gemacht. Ich bin mit den Kindern dann irgendwo immer mit einem von beiden rausgepaddelt, haben dann da erstmal Paddeltraining gemacht und ein paar Boardübungen. Also das, was man so kennt, auf dem Board sitzen, vom Sitzen ins Liegen und anpaddeln und im Sitzen drehen. Vielleicht auch mal so Trockenübung im Nassen, wie man das auch immer nennen will, gemacht. Einmal aufstehen auf dem Brett und das unter sich wegschnellen lassen. Und dieser ganze Kram hat den Kindern Spaß gemacht, hat mir Spaß gemacht. Sonst war es auch sehr cool, einfach mit dem Brett rauszupaddeln und von weiter draußen mal ein bisschen in die Buchten reinzugucken. Da hat man mal ein bisschen Überblick bekommen und hat noch andere Perspektive gewonnen, was sehr schön war. Es hat mich auf jeden Fall motiviert, mehr ins Wasser zu gehen und vor allen Dingen da auch ein bisschen Sport zu betreiben, also sprich Paddeltraining. Das hätte ich sonst wahrscheinlich auch viel weniger getan. Denn so einfach baden nur ist mir dann irgendwie dann auch ein bisschen zu langweilig manchmal. Eine potenzielle Rettungsboje für meine Kinder, wenn ich mit denen draußen war, war es auch nochmal. Ich musste es zugegebenermaßen öfter mal so als den Hinkelstein der Schande irgendwie mit mir rumschleppen, weil wir so zu so ein paar Stränden sind, wo man echt eine steile Abhänge runter musste oder so. Da dachte man schon, okay, was machst du jetzt hier eigentlich für einen Quatsch. Aber Notfalls bot es sich auch nochmal ganz gut an als Sonnenschutz. Oder meine Boardbag war ein ideales Strandtuch auf den steinigen Stränden. Da war es auch nochmal sinnvoll. Also ich würde alles in allem sagen, hat sich sehr gelohnt, das Brett mitzunehmen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, egal wo man hinfährt, in Urlaub, man muss immer ein Surfboard dabei haben. Man weiß nie, was kommt und wo man das Ding nicht als gute Dienste tun kann. Also merken, immer Brett mitnehmen. Soweit hier meine Ode an das Surfbrett. Ansonsten war mal viel Schnorcheln und Cliffdiving war super cool. Wir sind dann auch mit dem Brett irgendwo rausgepaddelt, zu irgendeiner Klippe hin, da mit der Taucherbrille geschaut, wie tief es da ist und dann halt irgendwie von hohen Klippen runtergesprungen. War irre cool, hat echt Fun gemacht. Gerade mein Siebenjähriger war mega mutig, muss ich sagen. Der ist da teilweise von, ich würde mal wirklich sagen, sechs bis sieben Meter hohen Klippen runtergesprungen und haben das Ganze natürlich mit Kamera aufgenommen und coole Fotos gemacht. War schon ziemlich geil. Also die Badewanne im Mittelmeer, wir hatten ja Außentemperatur 30 bis 35 Grad durchgehend. Das wäre auch irgendwie an die 30, glaube ich, es war super warm. Also schon schön, wenn da jetzt echt noch fürfbare Wellen mal gewesen wären, wäre das absolut mega gewesen. Aber naja, so war es auch schön. Dann hatte ich mein Balanceboard, mein altes Indoboard mit dabei. Das habe ich sehr lange nicht mehr wirklich genutzt. Das steht schon seit Jahren irgendwie in der Ecke und war nicht wirklich benutzt. Und dann habe ich endlich mal wieder angefangen. Und das war auch spaßig. Da mache ich jetzt mal mit weiter auf jeden Fall. Ja, war für wenigstens ein bisschen Surffeeling. Longboard hatten wir nicht dabei. Haben wir schon vorher gesagt, es sind nur Schotterpusten. Hat keinen Sinn. Von daher, Indoboard war eine gute Sache. Ja, was sonst? Ich habe viel gelesen, viel entspannt. Gute Surfromane gelesen. Da komme ich sicherlich in einer der nächsten Folgen mal drauf zu sprechen, was ich da so empfehlen kann. Und sonst, ja, besonders die Insel Kress, muss ich sagen, war einfach wunderschön. Wir hatten eine tolle Unterkunft. Auch mit Pool, vor allen Dingen für die Kinder cool. Und das Ganze lag echt in einem kleinen Naturparadies. Überall so große Heuschrecken und große Grillen und Gottesanbeterinnen und Zikarden im Wald. Und es tönte von allen Ecken irgendwo dieses typische Grillen und Zikarden zirpen. Das war irre cool. In dem Wald, durch den wir mussten, um auch zum Strand zu gehen, wenn wir wollten. Da hingen riesige Spinnen im Wald. Also auch ein aufregender Weg zum Strand. Besonders auch für meine Schwägerin, die so ein bisschen Insektenphobie hat, war das sehr aufregend. Und sehr cool und halt vor allem herrlich ruhig, abgesehen von dem Getöse der Zikaden und Grillen, was natürlich aber auch unheimlich schön ist, das Geräusch. Also sehr meditativ, würde ich sagen. Toll war es in jedem Fall, auch wenn die Wellen fehlten. Ja, ansonsten hatte ich da sehr viel Zeit zum Nachdenken, würde ich mal sagen. Einmal über mich selber, über meinen Podcast, wie es denn weitergehen soll, wie da ich jetzt so die nächsten 100 Folgen gestalten soll. Und auch so ein bisschen so über meine Beziehung zum Surfen, wie die eigentlich heutzutage so ist. Also sprich so ein bisschen darüber, was mir Surfen eigentlich heute noch bedeutet, nachdem ich so ein bisschen aus dem tatsächlichen Sport rausrotiert bin, aufgrund von Familie und zeitlichen Gründen. Ja, wo kam ich da irgendwie, zu welchen Punkten kam ich da? Ich kam auf jeden Fall dazu, dass ich emotional weiter tief mit diesem Sport verbunden bin und auch voller Vorfreude auf kommende und hoffentlich bald mal wieder anstehende Sessions. Aber halt auch tief verbunden mit vielen Erinnerungen an Vergangenes. Ich habe ein Buch, das ich gelesen habe, war das Buch Auf Wellen gehen, das ich sehr empfehlen kann. Und in dem geht es um einen 17-jährigen Bengel, der auf Sylt ankommt und da mit dem Surfen anfängt, weil ihm langweilig war eigentlich einfach. Und die Beschreibungen, wie er so anfängt und die ersten Surferfahrungen macht, waren einfach super cool beschrieben. Und ich habe mich super in Erinnerung schwelgen sehen, wie das denn bei mir damals war. Das würde ich gerne nochmal erleben, dieses Feeling, die ersten Wellen tatsächlich irgendwo, was ganz Besonderes. Dazu ist es dann so ein bisschen so eine kleine Liebesgeschichte. Und es geht also um Teenie-Schwärmereien und darum, was einem als Teenie nicht alles peinlich ist und sowas. Wirklich sehr, sehr amüsant und sehr, man fühlt sich ein bisschen zurückversetzt, glaube ich. Das wird bestimmt vielen so gehen. Und ja, das Buch hat mich da wirklich gut rein und zurückgebracht. Ich verlinke es mal in den Shownotes, das Buch Auf Wellen gehen werde ich auch sicher in einer der nächsten Folgen mal thematisieren. Aber da könnt ihr auf jeden Fall, kannst du da schon mal reinschauen. Ich kann es nur empfehlen. Ja, wie ist das heute bei mir? Ich komme einfach viel zu selten dazu zum Surfen. Familie, Freunde haben teilweise andere Präferenzen. Gerade wenn wir mit Freunden in den Urlaub fahren, da stehen dann auch andere Sachen auf dem Programm. Und wir planen tatsächlich auf dem Surfurlaub im nächsten Jahr jetzt endlich mal wieder. Und ich freue mich da mega drauf. Auch meine Kinder, gerade meine Tochter möchte unbedingt einen Surfkurs machen. Aber es stehen halt auch immer viel andere Sachen im Vordergrund, die auch abgedeckt werden müssen. Und selber muss ich ja auch zugeben, dass ich auch viel andere Sachen machen möchte als nur Surfen. Das ist schon mein Lieblingssport und mein Lieblingshobby. Aber wir wollen auch mal wieder in die Berge, wollen dieses, wollen jenes. Und da ist es schwer, tatsächlich jedes Jahr einen Surfenurlaub hinzukriegen. Und so mehr ich darüber nachgedacht habe, wie Surfen eigentlich für mich heute, wie ich da in Verbindung bin, kam ich halt auch wirklich drauf, dass ich da weiter voll drinstecke, für den Sport weiter brenne. Auch wahrscheinlich beim nächsten Urlaub vielleicht mal wieder ein Surfcoaching mache, um einfach mal ein bisschen voranzukommen. Aber dass mich halt auch viele verwandte Themen unheimlich viel mitnehmen. Ich muss wirklich von mir selber sagen, dass ich ja eigentlich ein überzeugter Landlock-Surfer mittlerweile bin. Ich fühle mich wohl zu Hause. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt auswandern, auch wenn ich immer schöne Berichte mir gerne anhöre von Leuten und das super spannend finde. Ich persönlich mag eigentlich die hohe abwechslungsreiche Vielfalt, die man so als Landlock-Surfer mittlerweile bekommen kann, um sich mit seinem Hobby zu beschäftigen. Und dieser Landlock-Surf-Alltag ist irgendwie auch cool, wie ich finde. Ich komme da gut mit klar mittlerweile. Hat seinen eigenen Flair irgendwo. Für mich stand immer bei Surfen dieser Freiheitsgedanke ganz stark im Vordergrund. Also für mich war es immer irgendwo so eine Assoziation. Das Surfen, da steht mein Surfbrett an der Wand. Das motiviert mich, das treibt mich an. Das bringt mich auch dazu, neue Sachen zu machen. Und irgendwann komme ich mal wieder ans Meer. Und das war so dieser zettelnde Gedanke, der mich getrieben hat. Und heutzutage merke ich, okay, da ist das Surfen selber immer noch ein wichtiger Punkt. Aber ich kann das auch ohne den tatsächlichen Sport mittlerweile haben. Es gibt so viele Möglichkeiten nebenher. Da zählen für mich halt auch wirklich so Sachen wie so ein Wildniscamp dazu oder Wandertouren und ähnliche Natursportsachen. Dieser Freiheit in der Naturgedanke ist für mich halt da irgendwie unheimlich wichtig. Und das möchte ich einfach für mich, habe ich das erkannt, möchte das für mich weiter ausleben. Und das wird auch im Podcast jetzt einfach nochmal verstärkt wahrscheinlich ein Schwerpunkt sein. Und ich möchte das im Podcast ein bisschen ausleben und auch dich ein bisschen damit anfixen, doch einfach auch mehr zu sagen, ja, Landlux-Surferin zu sein, ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, man muss sich nur mal überlegen, wie cool ist das eigentlich, dass man so viel Herzblut in so ein Hobby steckt, dass man so wenig ausübt. Und da kann sich, glaube ich, so manch einer, der am näher aufwächst, eine Scheibe von abschneiden, wie viel Commitment man so als Landlux-Surferin tatsächlich aufbringt, um diesem Hobby irgendwie bei der Stange zu bleiben. Wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Da darf man ruhig auch mal ein kleines Stückchen drauf stolz sein. Und das möchte ich auf jeden Fall vorantreiben. Ein ganz wichtiger Punkt bei mir dabei ist ja auch immer weiterhin Musik. Ich freue mich immer über meine Spotify-Playlist. Die haben wir im Auto jetzt, weil wir bei der Fahrt auch wirklich viel gehört seit langem mal wieder. Hör mal rein, es ist wirklich sehr viel Abwechslung drin. Musik von Surferinnen für Surferinnen. Und die möchte ich diese Woche natürlich auch ein Stück weit weiter mal füttern. So eine richtige Urlaubshimmel, habe ich überlegt, gab es nicht, würde ich sagen. Aber ich erinnere mich an einen Abend, als ich in der Küche stand und Essen gekocht habe. Und da habe ich eine meiner alten Lieblingsbands, die Mighty Mighty Bostones, mal wieder gehört, mit dem letzten, aktuellsten Album von denen. Und der letzte Song von diesem Album, The Final Parade, der hat mich richtig gecatcht und mitgenommen. Eine 8-Minuten-Scar-Hymne mit sehr wechselnden Rhythmen und war super cool. Die möchte ich dir gerne diese Woche in die Line-Up-und-Feier-Liste reinvoten. Und ein Pordon dazu, um im Scar-Bereich zu bleiben, kommt in die Chill-Out-Liste. Und auch ein kleiner Lieblingssong von mir, von den Mad Caddies, der Song She. Das ist ein Green-Day-Cover, ein Scar-Rock-Steady-Cover. Und auch mit diesem wünsche ich viel Spaß und Freude. Ja, bleibt mir vielleicht noch ein kleiner Aufblick auf kommende Folgen, dachte ich. Wer möchte, kann nämlich bei dem einen oder anderen Interview wieder live dabei sein und vielleicht seine eigenen Fragen stellen. Ich werde das voraussichtlich nicht über Instagram mehr machen in Zukunft, weil meine Internetverbindung zu schlecht ist. Es ist aber möglich, dass ich meine Eltern besuche, die eine bessere Verbindung haben und ich dann auch mal einen Instagram-Live-Termin wieder hoste. Ansonsten möchte ich aber gerne wieder meinen eigenen kleinen Aufnahmeraum bereitstellen, die Impact Zone, wie ich sie liebevoll nenne. Und da kannst du dich anmelden, du brauchst nur den Link von mir und kannst rein und selber Fragen stellen und live zuhören. Was für Themen habe ich denn so geplant? Es geht, wie gesagt, teilweise auch mal wieder verstärkt um Landlock-Themen. Unter anderem das Thema Skateboarding habe ich da auf dem Programm. Und zwar hat mich der Fabi angeschrieben. Der ist von Titus, gesponsorter Skateboarder, aber auch ambitionierter und leidenschaftlicher Surfer. Und ich möchte da mit ihm einmal über das Thema Skate-Travel reden. Das hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen in der History des Skatens angesprochen. Und über die Verbindung zwischen Surfen und Skaten als Fun-Sport, sowie über Fun-Sport-Sponsoring und viele weitere Themen. Dann habe ich da auf jeden Fall auf der Liste das Thema ortsunabhängiges Arbeiten bzw. sich selbstständig machen, sein Traumleben, sein Hobby vielleicht zum Beruf machen. Und da habe ich das super coole Coaching-Start-up Gründen und mehr zu Besuch. Die bei Jungs und Mädels von Gründen und mehr organisieren Seminare und Workshops in Portugal. Sprich, die haben da so ein einwöchiges Retreat in der Nähe von Erisera, glaube ich. Muss ich nochmal nachschauen, wo es genau ist. Dort bieten sie zum einen Workshops und Coaching an, um da seine eigene Geschäftsidee weiterzuentwickeln, ob nur nebenberuflich oder vollberuflich. Dann halt viel Austausch mit den anderen Teilnehmern. Und dazu kommen auch interessante Vorträge von spannenden Gästen, die sie dazu holen. Und das Coolste an der Sache ist natürlich, es liegt direkt am Surfspot. Surferinnen können surfen, Nicht-Surferinnen können surfkurse, bei denen auch selber buchen. Und der ganze professionelle Teil richtet sich ein bisschen nach den Gezeiten und dem Meer und den Bedingungen im Meer. So wie man sich also Arbeiten vorstellt. Coole Sache, freue ich mich auf das Gespräch. In die gleiche Kerbe schlägt auch ein Interview, das ich schon vorhabe mit der lieben Sabine Spallek. Die kennt vielleicht der ein oder die andere vor allen Dingen noch. Die hat nämlich früher einen der ersten großen Surfblogs und vor allen Dingen einen der ersten Surfpodcasts gehostet. See you soon hieß er damals. Richtete sich hauptsächlich an SurferInnen. Und heute ist sie Coach für Personal Branding und für das Thema Selbstständig machen. Und mit ihr werde ich auch ein ausführliches Gespräch über ihren Werdegang führen, darüber, was sie heutzutage rät, wenn sich Menschen selbstständig machen wollen. Sie ist auch jemand, der sehr viel Mut aufgewiesen hat und sehr viel Mut macht in ihrem jetzigen Podcast und Blog-Projekt Enttamed. Und darüber hinaus sprechen wir natürlich über Surfen. Besonders spannend dabei ist, dass sie seit drei oder vier Jahren nicht mehr surft. Sie ist nach Bali ausgewandert, auch des Surfens wegen, hat aber irgendwann erkannt, das catcht mich nicht mehr so. Und ist seit langem nicht mehr im Wasser geblieben. Und da interessiert mich brennt, warum denn eigentlich so genau. Das Thema Balance Board wird endlich mal auf die Agenda kommen. Ich habe mit dem Costa von Costa Board gerade einen Terminierungs im Gange. Und da werden wir das Thema Balance Board näher durchleuchten. Gerade das Costa Board gefiel mir auch mit besonders gut von den Neueren, die es jetzt so gibt. Kleiner Tipp vorab schon mal. Schau gerne mal bei Costa auf der Seite vorbei. Die planen nämlich eine komplette Umstrukturierung, neue Geschäftsräume und ein bisschen neues Konzept. Und haben gerade einen großen Ausverkauf laufen. Da gibt es die ganzen Costa Board Restposten jetzt super günstig. Schlagt einfach mal zu. Lohnt sich. Ja, weitere Gäste kommen dazu, die sind noch nicht spruchreif. Wer jetzt einfach sagt, ja, ich wäre gerne in so einem Gespräch live dabei, um auch vielleicht meine eigenen Fragen noch zu stellen. Wenn ich dann irgendwelche auslassen sollte, melde dich doch gerne für meinen Newsletter an. Da kriegt ihr immer die aktuellsten Termine samt Link zu dem Gesprächsraum zugeschickt. Und dann einfach mit einem Klick bist du dabei und kannst live zuhören. So, dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine kleine Abschlussanekdote zum Thema Regen und darüber, dass man sein Glück manchmal einfach erzwingen muss für dich. Und zwar noch eine kleine Urlaubsabschlussanekdote. Wir sind zu unserem Haus auf Kress immer gefahren. Das war eine ziemliche Buckelpiste. Und eines Tages, so im letzten Drittel des Urlaubs, ging plötzlich beim Motorabstellen der Scheibenwischer an. Und danach haben wir die Sicherung gezogen und der ging danach überhaupt nicht mehr an. Sprich, die Elektronik im Auto war gestört. Ja, scheiß Elektronik. Uns konnte keine Werkstatt irgendwie helfen. Die waren alle damit überfordert, beziehungsweise hatten keine Zeit. Und wir hatten die schöne Situation, dass wir keinen Scheibenwischer mehr zur Verfügung hatten. Ja, bei 30 bis 35 Grad und dauerhaften Sonne ist das ja auch eigentlich mal so überhaupt kein Problem. Aber wie es so das Schicksal so wollte, am Abend vor unserer Abreise ging bei uns über unserem Haus wirklich das fieseste, krasseste Gewitter runter, das ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Die Wassersäule, die war echt unfassbar. Das regnete Binge-Fäden über eine halbe Stunde lang und dazu die Blitze am Horizont oder direkt nahe bei uns. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich vergleiche es immer dabei, wenn ich darüber erzähle, damit das irgendwie Außerirdische unseren Planeten besuchen, um uns einfach zu vernichten. Da gingen solche Blitze und wirklich fette Strahlen über dem Meer runter. Es war der Hammer. Es war so krass. Ich hatte Herzrasen, als ich die beobachtet habe. Ja, und das ist natürlich eine super tolle Situation, wenn du den nächsten Tag 1300 Kilometer nach Hause fährst und keinen Scheibenwischer hast. Ganz schön scheiße, wenn ich das nur so sagen darf. Wir haben dann Regenradar gecheckt und gesehen, okay, so um 5 Uhr soll der Regen ungefähr aufhören. Dann verlassen wir uns mal drauf. Wir müssten dann jetzt so irgendwie um 5 Uhr losfahren, dass wir um 6 Uhr die Fähre von Krest zum Festland kriegen. Und dann müssten wir, wenn wir Regenradar dauernd jetzt einfach mal vertrauen, Österreich, Slowenien hinter uns lassen und in den Raum München wenigstens kommen. Weil da soll es dann tatsächlich auch trocken sein. Ja, und dann verlass dich mal tatsächlich auf so Regenradar. Das war ja schon mega vage. Und der eine oder andere wird jetzt sicherlich sagen, ey, das ist ja jetzt mal mega fahrlässig, dann loszufahren. Aber ich kann es nur leider so sagen, wir hatten keine andere Wahl. Der ADAC hat gesagt, naja, es ist keine Panne. Da können wir jetzt nichts tun. Ihr könnt ja fahren. Dann fahrt in eine Werkstatt, lasst es reparieren. Wenn es länger dauert, ja, dann kriegt er vielleicht einen Transfer nach Hause. Aber wir mussten halt auch arbeiten. Und wir hatten auch ehrlich gesagt kein Budget mehr, um nochmal einfach mal so für drei Tage oder so noch eine Unterkunft zu bezahlen. Und keine Werkstatt hätte vorher irgendwas tun können. Also hieß es einfach mal, ja, Augen zu oder besser Augen besonders konzentriert auf, falls es regnet und durch. Ja, und was soll ich sagen? Es ist wirklich unglaublich. Es regnete in den ganzen 1300 Kilometern bis zu Hause irgendwie ein bis zwei Minuten. Da kamen wir tatsächlich irgendwo in Österreich aus dem Tunnel raus und plötzlich kam Regen. Und wir dachten, scheiße, jetzt geht's los. Ja, waren nur ein paar Tropfen. Wir konnten weiterfahren und ich sag mal so, fordere dein Glück einfach mal heraus und erzwinge es. Wird schon gut gehen. So hat's bei uns geklappt und ich denke, das ist doch ein schöner Schlusssatz für die heutige Episode, oder? Ich hoffe, das Glück bleibt mir oder uns jetzt auch einfach noch treu. Ich weiß nämlich bisher nicht, wie teuer diese Reparatur dieser scheiß Elektronik wird, was das für ein Fehler ist. Aber da denke ich jetzt einfach auch mal noch nicht drüber nach. Ich wünsche erstmal einen schönen Start in die neue Woche. Check doch kurz mal die Shownotes vielleicht noch zu dieser Folge. Da findest du meine Partner, ob nur Surffitness, Surfmode oder halt auch schöne Designs von Markus. Das Ganze samt Rabattcodes. Kontakt zu mir findest du da. Ich freue mich über Feedback, über Themenwünsche oder was dir so auf dem Herzen liegt. Jedliche Info oder News von dir lese ich mir gerne durch und antworte. Außerdem findest du natürlich den Link zum Newsletter, um Live-Zuhörer zu werden. Ich freue mich schon sehr auf die kommenden Gespräche und die kommenden Folgen. So, jetzt hören wir uns zum Abschluss noch schnell den kleinen Bericht von Josh an. Und er kann uns mal erzählen, wie viel besser Dänemark dieses Jahr im Sommer anscheinend war, als der Ozean Frankreich oder anderen Regionen. Wobei es da sicherlich der Swell auch wieder irgendwann kam. Auf jeden Fall ist das unser Abschluss heute. Danach grüßt noch kurz der Surfer Dude und ich sage schon mal Tschüss, bis nächste Woche. So, moin Benni. Wie versprochen mein Update aus dem Urlaub. Ich befinde mich zur Zeit in Cold Hawaii in Klintmüller, das Surfmecker des Nordens. Ja, mache hier gerade zwei Wochen Urlaub. Wir haben uns, glaube ich, genau in den zwei richtigen Wochen auf den Weg hierher gemacht, wo in Deutschland, ich weiß nicht, die schwerste Regenperiode des Jahrzehnts ausgebrochen ist. Also wir haben hier mega Glück. Es sind auch durchaus viele surfbare Wellen hier. Es ist total schön. Ja, Finn Springborn ist auch gerade hier im Lande. Der arbeitet gerade im Surfshop, im Cold Hawaii Surfshop. Auch ganz cool mit dem habe ich letztens geschnackt. Da der mir aufgrund meines Einkaufs einen Kaffee nicht berechnet, das habe ich natürlich sehr gefreut. Ja, und es ist wieder einfach das Leben hier. Die Leute, das Land, es ist einfach total chillig. Es geht hier nur ums Surfen und am Strand rumhängen und eine gute Zeit haben. Und das gefällt mir halt mega, mega. In Verbindung dann mal ein paar bekannte Gesichter hier zu sehen, ist auch immer ganz schön. Aber die sind halt alle auf dem Teppich geblieben und normal. Hier geht es also wirklich nur darum, eine gute Zeit auf dem Wasser zu haben. Was mich sehr, sehr freut. Heute musste ich mir dann im Juiced Board Shop von Westwind, musste ich mir dann noch ein neues Board kaufen. Das erste Sechs-Fuß-Board. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Und ja, ist natürlich viel einfacher zu tragen als ein Acht-Fuß-Board. Mal gucken, wie mich das so begleitet. Ich bin ganz gespannt. Ja, und ich wünsche dir für deinen nachsommerlichen Start in die Podcast-Szenerie, hatte ich schon fast gesagt, wünsche ich dir ganz viel Spaß, viel Erfolg. Und wir hören, wir sehen bestimmt voneinander. Und ja, von den Watt-Warm-Boards-C3ers-Originals ganz viele Grüße aus Kulter, weil hier ist das Wetter super. Also, bis dann. Habt eine gute Zeit. Ciao. Ja, okay. Also, noch mehr Landlock-Themen von dem Nicht- oder kaum-Selfen-Self-Podcaster. So ganz sicher bin ich mir ja nicht, ob ich das so geil finde. Aber ich muss auch zugeben, dass das ehrlich gesagt ja auch meine Realität ist. Und ich komme schon oft ans Wasser, Leute. Das sage ich euch. Ich bin viel unterwegs und selfe mich teilweise in Grund und Boden. Aber im Vergleich zu den meisten, von denen ich so höre, na ja. Von daher, motiviert scheint er zu sein, das Ganze. Er scheint das echt ernst zu meinen, dass er das cool findet. Von daher, ich bleibe mal bei der Stange. Und was ich ja auch echt sagen muss, damit bildet das ein bisschen den Kontrast zu den anderen Surf-Podcasts. Denn die beschäftigen sich halt schon eher mit den verstärkten surferischen Themen. Und wenn es da ein bisschen was anderes gibt, why not? Also, na ja. Ich muss zugeben, diesen Sommer bin ich selber gar nicht rausgekommen. Bin also volle Pulle der Landlocki hier. Und jetzt gucke ich erst mal nach Flügen. Einen krassen Herbststurm will ich mal mitnehmen, würde ich sagen. Das wird mir gut tun. In dem Sinne, bis bald nächste Woche. Tschüss.